Haben Sie Möbel und andere Ware, die Sie nicht mehr brauchen? Kontaktieren Sie unseren Abholdienst per Telefon oder mit dem Kontaktformular. Unsere Mitarbeiter kommen zum nächstmöglichen Zeitpunkt bei Ihnen vorbei und entscheiden vor Ort, welche Ware Sie für die Filialen kostenlos mitnehmen. Möbel und Ware, die nicht in unseren Filialen weiterverkauft werden können, entsorgen wir für Sie gegen eine marktübliche Gebühr. Mit Ihrer Warenspende helfen Sie Menschen, die am Rand der Gesellschaft leben und schonen die Umwelt. So einfach funktioniert der Abholdienst der Heilsarmee Brocki.